Hallo Leute, ein kleines, kurz, ja ich weiß nicht, kurz, Infovideo steht auf jeden Fall an. Wir müssen über den FM17 reden. Und zwar, ich hatte vor zwei Wochen oder so eine Umfrage rausgehauen während dem FM16 Let's Play. Was wir denn gerne machen möchten für den 17er Teil, der jetzt am Freitag rauskommt, beziehungsweise ist es ja schon eigentlich fast final. Ich spiele die Beta ja schon seit einer Zeit und diese in Ordnung passt schon. Trotzdem, wir starten, wenn dann erst mit der Datenbank und so weiter vom Freitag. Das nebenbei, ja, bei der Umfrage kam raus, ihr wünscht euch schon wirklich sehr viel dritte Liga. Kann ich verstehen, weil es ist schon nice, wenn man so wirklich nach oben kommt und so. Aber ich habe noch andere Vorschläge. Auf jeden Fall, Südamerika war das Weite mit 17%, aber auch nicht so überzeugend. Genauso wie große Verein und gleich um die Champions League kämpfen, auch nicht so. Hätten wir was, aber irgendwie, ne. Und Newcastle United hat da auch nur 10%, aber 62% für die dritte Liga in Deutschland ist schon eigentlich ganz klar. Ich habe mir trotzdem jetzt erstmal vier Vereine rausgesucht. Und zwar, ja, natürlich ein Drittliga-Verein, wie sollte es auch anders sein. Wäre ja ein bisschen doof, hätte ich jetzt keinen Drittliga-Verein genommen, obwohl ich es in der Umfrage hatte. Und zwar wäre mein Wunsch dann schon, wenn wir in die dritte Liga gehen, dann wirklich schon richtig, richtig schwer mit Hansa Rostock. Das wäre sehr nice. Ich habe euch das hier mal, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, in dem Screenshot gezeigt. Das ist die Hansa Rostock-Page. Also sie sind auf Platz 10 erwartet. Also Mittelfeld ist in Ordnung. Haben 11,5 Millionen Schulden und wirklich ganz wenig Geld höchstwahrscheinlich. Also wir müssten da schon wirklich viel, 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 viel machen in Sachen Finanzen, weil die auch unsicher sind. Und das ist nicht gut, überhaupt nicht gut sogar. Da muss man viel, viel arbeiten und das wird höchstwahrscheinlich dann auch nicht allzustellen, was mit Bundesliga. Also meine Zielsetzung wäre dann, dass wir in der fünften Saison, also ungefähr da, wo wir bei Pescara das erste Mal den Titel gewonnen haben in der CDA, vielleicht dann den Bundesliga-Aufstieg schaffen. Das wäre so mein Wunsch. So rein realistisch gesehen, also ja, busy, optimistisch, realistisch, so ein Zwischending. Und, äh, ja, die Trainingseinrichtungen von Hansa Rostock, die sind impressive, das ist in Ordnung. Was heißt jetzt in Ordnung, das ist für einen Drittliga-Verein eigentlich sehr gut. Und gute, oder beziehungsweise großartige Jugendeinrichtungen ist auch sehr gut. Bei so einem Verein musst du halt viel auf die eigene Jugend setzen. Weshalb Hansa Rostock auch einer der besten Vereine dafür wahrscheinlich sein dürfte, weil sie auch, ich weiß nicht, haben sie noch den Vater von Kurs? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall dürfte man ein bisschen was hinkriegen mit Rostock in Sachen Jugendtalenten, weil sie halt auch für die niedrigen Stufen eine gute Jugendeinrichtung haben, dann wird das schon. Zweiter Vorschlag wäre immer noch Deutschland und zwar Arminia Bielefeld, da werden wir in der Liga nach oben gehen. Mit Bielefeld erwartet man Platz 13 ungefähr, haben 24 Millionen Schulden und die Finanzen sind okay. Okay, haben sowohl gute Trainingseinrichtungen als auch gute Jugendeinrichtungen. Bielefeld mag ich ein bisschen, deshalb wäre das noch so einer der Vereine, die ich mir vorstellen könnte. Und in der zweiten Bundesliga wäre es dann entweder auf Union oder eben Bielefeld hinausgelaufen. Aber ich finde Bielefeld ist die größte Herausforderung und mit Union könnten wir höchstwahrscheinlich schon in der zweiten Saison um den Aufstieg kämpfen. Bei Bielefeld würde das noch ein bisschen dauern, da würde man, denke ich mal, in der dritten Saison versuchen aufzusteigen. Finanzen sind hier okay, also ich würde sagen, das ist dann das zweitschwerste, was wir haben. Dann habe ich mir überlegt, vielleicht kann man hier doch mal nach Spanien gucken und ich würde gerne mal das Abenteuer Spanien wagen, weil das habe ich in meinen privaten Saves auch fast nie gemacht. Ich war insgesamt jetzt, glaube ich, seit dem 12er FM drei Saisons in Spanien. Und ich habe meistens sofort aufgehört, weil ich aber dann meistens auch so Journeyman-mäßig einfach abgehauen bin. Ich war halt jemand in der Hure. Ich habe mir Sporting Gijon, ich schaue mir den Namen noch an dann, aber ich glaube es ist Gijon, angeschaut, haben 44, äh, sorry, Quatsch, falsch geguckt, 16,25 Millionen Schulden. Finanzen sind sicher, haben ein schönes Stadion, haben exzellente Trainingseinrichtungen und großartige Jugendeinrichtungen. Aber erwartungsgemäß nur 17er, also scheiß Kader momentan, da müsste man den Kader schön ausmisten und könnte ein bisschen nach oben kommen dadurch, vor allem wenn man auf die eigene Jugend setzt. ist, ja, von der Schwierigkeit so busy, busy, schwer bis mittel. Und da würde ich dann schon erwarten, dass wir in der dritten Saison um Europa kämpfen, wenn nicht da sogar schon drin sind, weil Spanien hat ja viele Plätze. Und wenn dann der Pokal und vielleicht sogar die Champions League an Barca oder Real Madrid geht, oder Atletico von mir aus geht auch, dann ist ja auch Platz 7, vielleicht auch sogar Platz 8 drin. Also, da könnte schon was gehen mit den Jungs. Und der zweite spanische Verein, das ist dann rein technisch gesehen die einfachste Aufgabe von diesen vier, das wäre dann Real Sociedad. Die haben momentan 33 Millionen Schulden, aber trotzdem sichere Finanzen, weil sie halt gutes Geld haben, guten Kader. Haben sehr gute Trainingseinrichtungen und exzellente Jugendeinrichtungen. Also, das wäre auch hier von den Einrichtungen her das, ja, einfachste und beste. Und momentan sind sie erwartungsgemäß auf Platz 9 zu erwarten, ja, das macht Sinn. Und da wäre halt Europa spätestens zweite Saison das Ziel und danach halt Titelkampf. Also, das wäre sozusagen, ja klar, der stärkste Verein mit dem größten Potenzial. Also, da würde ich dann schon sagen, dass wir auf jeden Fall, wenn alles gut läuft, spätestens in der fünften, sechsten Saison um den Titel kämpfen. Also, das wären meine vier Wunschteams und, ja, ich wollte mal fragen, was ihr davon haltet. Also, ich werde eine Umfrage machen, ich weiß gerade nicht, ich habe letztens gesehen, es gibt auf YouTube ein neues Feature mit Umfragen, ich muss mir das mal anschauen. Ansonsten werdet ihr eine Umfrage in der Beschreibung, in den Kommentaren und hier irgendwo im Video hingeklatscht sehen. Werdet das schon irgendwie erfahren, wo ihr abstimmen sollt. Und ansonsten mache ich das so, dass ich einmal auf YouTube abstimmen lasse und die Zweitstimme gibt es dann auf Straubhole. Muss man mal schauen, ich schreibe es nochmal richtig in die Kommentare, weil ich muss mir das erst einschauen. Das wären auf jeden Fall die vier Vereine, mit denen ich mir vorstellen könnte, ja, das macht Spaß, damit habe ich Motivation ohne Ende. Und ich denke mal, das ist ein guter Mix. Also, ich glaube, gut, die spanischen Vereine sind vielleicht noch ein bisschen zu nah beieinander. So rein vom ersten Gedanken, aber ich glaube, in Deutschland würden wir da schon fündig werden. Und dann geht es also entweder nach Deutschland in die unteren Ligen oder nach Spanien in die erste Liga. Bin gespannt, was ihr so sagt. Es ist nicht endgültig, dieses Ergebnis. Also, ich werde mir das mal anschauen, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Rostock durch irgendein... Ja, Spielmechanismus auf einmal die Lizenz nach zwei Spieltagen entzogen bekommt, dann habe ich ja jetzt nicht so Bock drauf. Aber ich glaube nicht, also wir werden das schon bei allen Vereinen hinkriegen. Nur Rostock ist halt wirklich das Schwerste. Also da werden wir hundertprozentig nicht Meister werden innerhalb der ersten sechs Saisons. Ansonsten bin ich halt der Trainer King schlechthin. Das bin ich. Gut, lasst mal auf jeden Fall hören, was ihr so denkt. Und wie gesagt, es ist nichts Endgültiges. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht dann auch mal den Verein wechseln könnten. Aber ich finde eigentlich im FM, wenn man schon so eine Serie macht, sollte man schon eher aufbauen. Weil das finde ich schon echt geil. Weil bis da ja, wenn ich dann so an meinen Brodis hänge. So mit dem Lusi, Mancuso oder Tim Passlack, Libohi und so weiter. Gut, das wär's. FM 17 kommt wie gesagt am Freitag offiziell raus. Beta spiele ich schon eine Weile. Ich habe aber in der letzten Folge gesagt vom FM 16, dass ich gerne noch warten möchte, bis halt wirklich die Release-Version draußen ist. Einfach nur aus Sicherheit. Deshalb werde ich höchstens, frühestens am Freitag aufnehmen können. Also erwartet vor Mittwoch nächste Woche eigentlich nichts. Ansonsten, ich lasse es euch wissen auf Twitter, Facebook, findet ihr in der Beschreibung. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei der FM 16-Folge. Und ansonsten, wir hören jetzt am Donnerstag. In Sachen FIFA kommt dann übrigens auch noch bald mal was. Egal. So, also bis dahin. Tschö.